Sophia von Schweden sieht bei der Taufe des kleinen Nikola wieder einmal wunderschön aus. In einem bärenfarbenen Kleid zieht die 30-Jährige alle Blicke auf sich. Doch das liegt vielleicht auch an ihrem üppigen Kopfschmuck, denn die eigentlich so stilsichere Gattin von Carl Philipp trägt eine Rosenschleife im XL-Format. Dieses auffällige Accessoire dürfte wohl nicht jedem gefallen haben. Trotzdem, Sophia macht auch bei diesem wichtigen Termin eine Topfigur und ist der Hingucker. Viele Blicke gehen dabei mit Sicherheit auch auf ihre Körpermitte, denn schon seit Wochen wird spekuliert, ob die Prinzessin in freudiger Erwartung sei. Danach sieht es hier jedoch nicht aus. Das eng sitzende Kleid sitzt wie angegossen und zeigt, dass der Nachwuchs wohl noch auf sich warten lässt. Davon kann auch ihre auffällige Kopfbedeckung nicht ablenken. Eine Schleife ist auf den schwedischen Prinzessinnenhäuptern jedenfalls kaum mehr wegzudenken und vielleicht versucht es die schöne Brunette beim nächsten Mal ja mit einer bisschen dezenteren Variante.